Der Bambi 2018 in der Kategorie Lebenswerke geht an die große Lieselotte Pulver. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Guten Abend, liebe Berliner, liebes Film- und Fernsehpublikum. Ich danke Ihnen, dass ich heute Abend hier auf dieser Bühne stehen darf und den Bambi für mein Lebenswerk erhalten zu dürfen. Es ist schon eine tolle Sache, wenn man in so hohem Alter so geehrt wird. Ich danke Ihnen sehr herzlich für diese große Ehre. Applaus